Guten Morgen, Gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. I'm sorry, aber ich werde das jetzt mitten im Stream aufnehmen, weil es ist halt einfach eine wichtige Info. Und dadurch, dass ich momentan so viel live bin, ist es nicht so viel Zeit, um extra was für Videocontact zu machen. Deshalb, weil es so eine wichtige Info ist. Ich werde so oft gefragt, holy shit, was hast du für kranke Waffen? Ja, 580 Itemlevel. Das sind eigentlich episch gekennzeichnete Waffen, allerdings sind das legendäre Waffen. Die sind nämlich aus der Legendary Quest Reihe. Das sind jetzt bisher die einzigen beiden, die ich davon habe. Die Axt und den Lebensstab. Und das reicht auch, denn die sind hart genug. Und ich brauche eigentlich auch gar nicht mehr. Wie kommt ihr an die Legendary Quest Reihe? Ganz, ganz, ganz wichtig. Die drei neutralen Gebiete hier oben. Tiefe Schlucht und Edenhain. Ihr solltet ungefähr 45 anfangen in Tiefe Schlucht zu questen und alle Nebenquests zu machen in Tiefe Schlucht. Jede einzelne Nebenquest. Ganz wichtig. Jede Nebenquest. Ihr habt hier nichts mehr offen später. Ihr habt hier nichts mehr offen später. Ihr müsst jede Nebenquest in Tiefe Schlucht machen. Ist leider so. Also ich glaube, ihr setzt zuerst an diesem Außenposten, habt ein paar Quests und dann werdet ihr rüber geschickt. Zu dem Außenposten, habt ein paar Quests. Und dann werdet ihr von Tiefe Schlucht aus nach Edenhain geschickt. Ja. Auch in Edenhain gilt, ihr müsst fast jede Nebenquest machen. Das hier, was ich jetzt gerade offen habe, ist noch die Legendary Quest Reihe für den Eishandschuh. Dann, das hier ist etwas, das solltet ihr nicht tun. Ja. Besiege Ziggora Med. Solltet ihr nicht tun. Wir sind da vor über einer Woche rein. Als wir frisch 60 waren. Aber, vergiss es. Das ist ein Level 66er Arena Weltboss. Ähm, mit alten Level 530 im Durchschnitt machst du immer noch nicht genug Schaden. Also, mehr Spoilern will ich da nicht. Ziggora Med ist ein heftiger. Deswegen, Finger weg. Das hier oben ist ein Dungeon. Ja, ihr kriegt während ihr die ganzen Sidequests hier macht. Bekommt ihr noch ein Level 60er Dungeon. Äh, Garten des Ursprungs. Da bekommt ihr noch einen Zusatzschlüssel für. Später habt ihr hier oben auch noch Sidequests. Dann sogar hier oben irgendwas. Naja. Da ist die Expeditionsquest. Okay. Okay. Wenn ihr dann tiefe Schlucht und Ehenhain durchgequestet habt. Werdet ihr irgendwann in diesen Außenposten geschickt. In Bruchberg. Ja, vor Level 60 macht es gar keinen Sinn da erstmal überhaupt hinzugehen. Da ist euch in vorne rein. Und dann kriegt ihr hier eine Questreihe. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere. Da bekommt ihr zuerst einen Ring durch die ersten Quests. Dann ein Schmuckstück. Oder ist es genau andersrum. Auf jeden Fall bekommt ihr Accessoire-Items. Und das ist quasi das Ende der Questreihe. Um die Legendaries freizuschalten. Ja. Ihr müsstet auf jeden Fall im Bruchberg schon mal einen Großteil der Nebenquests machen. Zum Beispiel hier. Wissen ist Macht habe ich jetzt nicht gemacht. Brauchst du nicht. Weil ich mitten in der Questreihe gesehen habe, dass plötzlich in tiefe Schluchten eine Quest aufgeplöppt ist. Und wo war es? Irgendwo in Ehenhain hier ist auch noch eine Quest aufgeplöppt. Mittendrin. Mitten in der Questreihe in Bruchberg. Direkt nochmal abgeben. Das hängt damit zusammen, dass mein Lebensstab Level 20 ist. Meine Streitachse ist Level 20. Mein Eisstocken wurde mitten während der Legendary Questreihe Level 20. Wenn ihr Waffenstufe 20 erreicht, dann bekommt ihr, sofern ihr diesen Part erfüllt habt mit die Verschluchtquesten, Ehenhainquesten, Bruchbergquesten, dann bekommt ihr hier in diesem Bereich irgendwo hier oben eine neue Quest. Und das ist dann eine Legendary Questreihe. Dafür gab es auch einen kleinen Text, wie beispielsweise beim Eissturpen. Beim Eissturpen steht auch dabei, dass es eine legendäre Waffe ist. Und ja. Diese Questreihe hat dann so ein klein bisschen in sich. Ich habe euch angewispert, weil ich jetzt einmal gemutet bin in Discord. Diese Questreihe hat es in sich, weil ihr müsst durch mindestens sieben Elitegebiete durchpesen. Ihr habt zum Beispiel hier oben das Level 50er Lager. Ist auch ein Beispiel. Müsstet ihr auch durch. Level 50 Mobs killen. Mega easy. Ihr habt immer verschiedene Aufgaben. Manchmal müsst ihr Siegel sammeln. Manchmal Thronen sammeln. Manchmal Mob Drops sammeln. Manchmal Kills an Mobs machen. Manchmal den Boss Mob legen. Manchmal den Boss Mob looten. Es sind sieben verschiedene Aufgaben für sieben, mindestens sieben verschiedene Elitezonen. Ihr werdet da von einer nach der anderen geschickt. Bei mir ist jetzt das Beispiel. Hast du den Beruf gepusht? Manchmal habe ich geschlafen. Aufgabe abschließend. Wintersegen. Wintersegen Aufgabe. Sammle die gekühlten Pilze, die auf den Dreadenwächtern von Heimtücke wachsen. So. Das ist meine Nummer zwei. Ihr geht dann hier hin, die Zone aktualisiert sich und hier drin bekommt ihr dann eure genaue Aufgabe. Beispielsweise für die... Für was war das? Für irgendeine der Waffen musste man hier 18 Runentafeln einsammeln oder sowas, die an der Wand klebten. Ach ne, 18 Flammen. Also 18 mal Moos muss es so irgendwie in den Bahn setzen. Auf jeden Fall werdet ihr von Elitezone zu Elitezone geschickt. Ihr werdet selbst hier in die Low Level Elitezone geschickt. Ihr werdet hier bei 46, 45. Teilweise auch hier Weber Moor. Ja, 40er werdet ihr reingeschickt. Enter-Messer werdet ihr reingeschickt. Ihr werdet über die gesamte Map gejagt. Ja. Ihr könnt jede Elitezone, fast jede Elitezone machen. Wenn ihr mehr als eine Waffe habt, dann werdet ihr mehr als eine Elitezone machen müssen. Ja, mehr als jede. Am Ende, meistens am Ende der Questreihe, landet ihr im Bruchberg. In Düsterheim. Ähm, 64, 63, 64, 65. Ja. Hier oben hat's verdammt in sich. Solltet ihr mit einer größeren Gruppe zusammenspielen, macht es so wie wir es gemacht haben. Wir haben es total smart gemacht. Wir hatten, ähm, zwei Feuerstäbe, zwei Lebensstäbe, äh, dreimal Großarxt, ne, Zweihandarxt, etc. Wir haben gesagt, wir machen die Feuerstab-Questreihe mit 8 Mann. Zuerst, weil Feuerstäbe halt absolut krankhaften Damage machen. Einfach No-Brain-Damage. Äh, nur damit wir am Ende hier durch diese Zone leichter können. Hat ganz gut funktioniert. Ja, danach haben wir die Lebensstäbe gemacht, damit wir ein bisschen was am Leben halten können. Dann haben wir die Äxte gemacht, etc. Also wir haben in unseren Bloodmarines, äh, Tartarus-Kompanie schon jetzt einige Legendary-Waffen rumfliegen. Jetzt ist das Ding. Ihr habt die Questreihe oben abgeschlossen, ja. Und ihr habt die Waffe bekommen. Wieso ist eure Legendary-Waffe, die selbst in der Beschreibung als Legendary steht, nur episch? Denkt dran, der erste Raid ist noch nicht draußen. Ich glaube nicht, dass die Questreihe wirklich vorbei ist. Es kann sein, dass die vorbei ist, weil man diese Waffen theoretisch zerlegen kann. Aber ich habe noch Hoffnung, dass man vielleicht im Raid einen Upgrade-Stein oder sowas bekommt. Der Raid, wenn es interessiert. Äh, wir haben uns da einmal verlaufen. Also einmal steht hier oben, in der Kathedrale. Steht unser Liebling aus dem Tutorial. Ja. Und wenn man hier links an dem vorbeiklettert und hier reingeht, dann habt ihr diesen Screenshot. So sieht das Ganze von innen aus. Und da ist auch der Raid-Eingang. Ist zumindest die Vermutung. Ich meine, das Ding ist halt nicht offen. Es könnte auch einfach nur Dungeon-Eingang sein. Aber das sehen wir dann. Aber ja. Äh, soviel zu den Legendary-Waffen, ja. Also, Tiefeschlucht-Questen, Edenheim-Questen, Bruchbeck-Questen. Waffe auf 20 bringen. Quest annehmen. Wo auch immer sie auftaucht. Ja. Fast jede Elite-Zone durchjagen. Am Ende fast jeder Quest-Reihe. Düsterheim durchjagen. Viel Spaß da drin. Level 65 Gegner. Die hauen sowas von übertrieben rein. Brennende Schwerter. Lauft weg, wenn ihr die seht. Äh, pullt sie erst gar nicht. Sag ich viel besser. Ja. Und am Ende sag ich nur eins. Enjoyt eure 580er-Waffe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hauen Sie rein.